Also zunächst einmal ist das Spiel an sich sehr schläfrig verlaufen meinerseits. Natürlich war das bedingt dadurch einerseits durch den Schiedsrichterausfall direkt in der dritten Minute, dass hier jetzt ein nicht gelernter Schiedsrichter halt pfeifen musste. Ich glaube, das war für beide Mannschaften so ein bisschen, ein bisschen Zurückhaltung halt durch die fehlende Aggressivität, wenn man sich dann nicht getraut hat, auch ein bisschen den Schiedsrichter so unter Druck zu bringen. An sich aber in der zweiten Halbzeit bin ich zufrieden, weil wir das Tempo etwas erhöht haben und ich denke auch, wenn wir eine bessere Chancenverwertung an den Tag gelegt hätten, wäre das Spiel nicht nur 4-2 ausgegangen, vielleicht auch 7-3 oder so in der Richtung. Ja, das Spiel ist nicht ganz so gut gelaufen, wie ich mir vorgestellt habe. Wir haben heute keinen richtigen Zugriff auf die Leute gekriegt und es war natürlich etwas schwierig dadurch, dass der Schiedsrichter nach zwei Minuten verletzt war. Es waren ein paar Entscheidungen dabei, die halt nicht so gut waren für uns oder auf der anderen Seite, aber das Spiel an sich hat mir nicht so gut gefallen heute. Wir waren ein guter Gegner. Letztes Jahr Kreisliga A Dritter geworden in der anderen Gruppe in Oberhausen, also ein guter Gegner für uns, um uns auf Glück auf Mölln vorzubereiten. Ja, ich würde sagen, das Spiel lief so, also wenn man selbst auf dem Platz war, fühlte es sich schon so an, als hätten wir einen großen Ballbesitz gehabt und würden das Spiel auch größtenteils kontrollieren, sind diesmal in der ersten Viertelstunde besser reingekommen, denke ich, als in den letzten Spielen. Das haben wir uns halt vorgenommen und ja, mit den Fans im Rücken, da muss man ja auch wirklich nach vorne gehen und das lief einfach. Größte Stärke stand relativ kompakt hinten, haben uns eigentlich trotz allem Räume gelassen, aber Stärke ganz klar in der Offensive gewesen, hat man gesehen heute, relativ gute Durchschlagskraft, haben keinen Zugriff auf die Leute gekriegt und war im Endeffekt ein verdienter Sieg.